Pist auf Aliexpress oder eine Perle von Aliexpress, das Samsung Galaxy S24 ist nicht mal draußen, da könnt ihr ein Original S24 Ultra direkt bei Aliexpress für 61,85 Euro shoppen, wobei das gar nicht das angezeigte Modell ist, das ist halt auch so typisch Aliexpress, würdet ihr das tatsächlich haben, dann müsst ihr ganz tief in die Tasche greifen, 82 Euro, bekommt dafür aber auch 16 GB Arbeitsspeicher und 1 TB Festspeicher, gebt ihr euch mit 512 GB zufrieden, seid aber bei 76 Euro und passt auf, es geht noch billiger, 12 GB Arbeitsspeicher und 512 GB Festspeicher. 68 Euro, unfassbar, Freunde, 353 verkauft. Jetzt die Frage an euch, soll ich einer von denen sein? Ich kaufe mehr von diesen Fakes, Freunde, als ich testen kann, aber schaut mal, ich soll angeblich hier ein zweites Display auf der Rückseite haben, neben den vier Kameras und vor allem halt ein Konzept, wie das neue S24 halt aussehen soll. Super spannend, ein Stift ist ja nicht abgebildet, während dieses andere Modell hier eindeutig das S23 Ultra sein soll und ist super langweilig, habe ich euch auch schon gezeigt, aber das ist hier auf jeden Fall ein neuer Fake, ich brauche nicht zu erwähnen, dass das hier alles ein kleiner Quatsch ist. Wenn ihr euch dafür interessiert, abonniert meinen Kanal.